Doch, da ist doch der Spalt. Ja, da kann ich... So, jetzt geht's wieder nach oben. Blöde Kamera weg. Mit der Kamera hat nichts gebracht irgendwie. Zurück zum Südall, da rennt er. Ist der noch? Die Türen sind aber zu, oder? Nö, das ist der nicht. Daher steht einer vor einem Rollstuhl. Der steht über... Ne, der sieht aus, der hat die Arme sogar. Der ist irgendwie am Gitter fest. Ja, genau. Der ist aber neu im Programm. Den kenn ich noch nicht. Hallo? Na lass den mal, wo er ist. Hä? Der steht da nur wegen Fragezeichen. Ja, aber wie? Der Security-Raum ist, weißt du? Ja. Da lang. Ja, dann gehen wir mal zum Security-Tuber. Du musst die Ventilatoren, die die so reichen haben. Wir gehen einfach. Zack. Was ist das denn? Nein. Ja. Ja. Hast du das nicht gemerkt? Nö. Ich will raus hier! Geh weg! Was? Das ist da noch andere. Wir kommen gerade durch rein, ja. Was passiert mit denen? Keine Ahnung. Und jetzt? Nee. Da ist noch alles dran. Alle fünf Finger. Alles da. Noch. Gucken wir da vor. Eine Gummizelle. Ich kann mal richtig in die Wende hüppen. Was steht denn da alles? Rest in Peace und auch alles Mögliche. Vergisst nicht. Ja, hab ich doch die ganze Zeit. Sag mal her. Ach, wo sind die doofen Notizen? Ich hab die ganze Zeit den bescheuten Kampfort angenommen. Muss ich jetzt hier mal die Dinger füllen? Ah, jetzt hab ich eine Notiz bekommen. Was hab ich denn davon? Vater, ach, da ist von dem die Zelle, von dem Irren. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Ja, toll. Ich glaub ich sei ein Zeuge, für welche bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Doktor, was? Wer, wie? Der Becke, hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe in Frieden. Steht mit Blut am Wand geschrieben. Ja, das haben wir doch gesehen. So, die Frage ist jetzt, kommst du da raus? Ich sehe kein Tür. Ja, wenn ich ja wohl. Oh, okay. Hallo. Ja, der macht doch auf. Oh, okay. Die Leute irre. Ja. Tag. Ne. Sie sind alle harmlos, sieht so aus. Ich bin mir da nicht so sicher. Der hat schon nur den eigenen Schädel an der Wand rum. Ja. Sehr gesund, Junge. Würde ich öfter machen. Ach, jetzt. Ach, ganz, Junge. Oh, und hab. Rübelgegen. Jawohl. Na, das ist der da hinten, der sich viel zufrieden. Der ist bestimmt nicht friedlich. Der ist bestimmt nicht friedlich. Da bin ich gerade rausgekommen. Lass mich allein. Ja, ich lass mich allein. Hast du jetzt einen Auftrag oder so bekommen? Weiß ich nicht. Nö. Warum? Wo? Dokumente? Nö. Ich hab keinen Auftrag bekommen. Mein Auftrag ist, hier rauszukommen. Das ist mein einziger Auftrag. Den da, dem traue ich nicht. Weil der da so still steht, ne? Hier geht der. Ach, das ist der. Ah, alles klar. Ah. Hallo. Winkel, winkel. Oh. Will ich den rauslassen? Nö. Ich will versuchen. Sicher? Du bist aber mutig, aber... Ich dachte, lass ihn mal raus. Der macht Action unten mit den anderen Kerlen. Was liegt denn da? Der hat irgendeinen auseinandergenommen. Ich würde ihn töten lassen, aber ich würde ihn töten lassen. Bitte? Wie würde ich... Der Preacher fragte uns nicht, was zu tun. Es wäre ihm leid, dass er nicht hier ist. Wir geben ihm einen Rennungsstern. Da ist eine Idee. Wir geben ihm einen Vorsprung. Ja. Wir töten ihn. Wir töten ihn langsam. So viel Zeit. Ich will seine Tung. Und den Lever. Sie sind deine. Also die wollen uns sonst Leder, aber wir stehen immer da. Bäääää. Herr Köpfe. Zieht euch mal Atem. Er weiß schon, dass jetzt was du sagst, wenn er gesagt hat, wir gehen mir ein bisschen Vorsprung. Ja. Heißt das jetzt Lauf? Um dein Leben? Nee, 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 ich lauf jetzt nicht. Ich bleib ganz ruhig. Ich lass mich nicht verarschen. Der will nur, dass wir... Oh, da sitzt noch einer. Ich geh mal runter. Das ist der, der in die ganze... Dahinten ist einer abgehauen, in die Zelle. Ja, siehst du auch nicht gerade. Wurde ich gerade sagen, du siehst auch nicht viel besser auf. Was ist da? Geh mal gucken. Ja. Was liegt da? Nix. Das ist nur ne Zelle. Ist hier wieder einer drin. Du. Uaah. Ja, hier auch einer drin. Ja, hier ist keiner drin. Alles zu. Das muss doch irgendwo nen Weg geben. Dem geh ich nicht unbedingt. In einen Korridor oder irgendwie. Hm. Ja, hier ist kein Zeilen. Ja. Ja. Alles zu. Ja. Hier. Alles zu. Ja, wo long selber denn da aus? Der heimert sich die Birne da immer hier in die Wand. Das sieht auch über ne kleine Zelle. Ich probiere jede Tür. Was mir erschrocken. Mein Gott, sieht der wieder aus. Da oben muss ich lange wetten. Was sehen wir denn, freundlicher Kollege? Oh, okay. Liegt da einer? Ja. Ach, der ist vorhin in die Zelle gerannt, der Typ da. Ja. Na, der soll doch schön bleiben. Sollen wir den da wieder zumachen oder was? Nö, warum? Da ist ein Durchbruch. Batterie ist leer, wie immer. Ist noch welche? Wir haben doch vorhin ganz viele gefangen. So. So, was ist jetzt die Frage? Sollen wir da oben lang versuchen und hier unten durchgehen? Ja, ich würde sagen, wie kommst du denn da oben hin? Ich würde jetzt erstmal da durchgehen. Na, da oben waren wir doch eben. Ja, aber da war ja zu. Wie sollst du denn da einmal rauskommen? Wie sollst du denn da einmal rauskommen? Von vorhin mal aus. Wie wir hier zu den, die mich umbringen wollen. Hallo? Na, Jungs? Hier ist die Schöne. Da ist der, der immer gegen die Tür rennt. Das war deine. Hier ging nicht auf, das ist meine. Da haben wir versucht, will ich auch jetzt auch nicht, ich will dich. Hier stand eben auch noch einer. Siehst du? Äh. Es sind schon immer noch. Hier sind wir auch noch raus, wo wir kommen, last but not least. Ah, okay, ist so. Ich freue mich, weh, für die Zustände. Ich würde, wenn ich unten durch die Spalte latsche, dann sein, die Jungs. Okay, hat genug Vorsprung. Ja, irgendwie glaube ich schon, dass uns so etwas kommt. Ist das nicht. Okay. Ah, hallo? Du bist so lieb, oder? Achso, der frisst ihn ein, oder? Ich bin krank. Was ist denn da hinten? Ach, da sitzt ein oder andere Ecke. Da ist eine Tür. Er hat den da gefressen, oder was? Da könntest du aufwarten. Ja, sollen wir da mal versuchen? Ja, ja. Ah, der hat Kopf ab. Okay. Ne. Kann man den an die Seite schieben, oder so? Ne, ich könnte nur versuchen, aber der sitzt vor der Tür. Okay. Duschen. Woher kamen wir denn jetzt? Von da sind wir gekommen, oder? Ja. Da sind die netten Jungs. Und hier. Zu. Zu. So, soll ich was sagen, links um die Ecke stehen die genauso. Da sind wir wieder in dem Raum, wo du vorher, ähm, genau. Die sind weg. Öff? Ja. 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 Ja.